Abdull, sein Durchgang war auch gut, aber die Diagos waren... Du hast auf jeden Fall sehr, sehr recht mit den Diago-Bällen, war auf jeden Fall sehr schmutz. Aber diese Bälle sind auf jeden Fall sehr, sehr platt. Du kannst mir auch glauben, du kannst sie auch anfassen. Aber die anderen haben doch auch die gleichen Bälle genutzt. Jeder hat doch die gleichen Bälle. Das ist genau, was ich sagen würde. Der Kunstrasen ist auf einmal... Er ist der Jüngste, ne? Könnt ihr den neuesten EM-Ball hinstellen? Also ich kann diese Ausreden nicht mehr hören. Wir reden über Nationalsspieler, oder? Das war eine einfache Bälle. Du redest doch nicht über den Ball, dass du den Ball schlecht redest. Abdull, die Ausrede lassen sich nicht gelten. Sejan hat super Bälle gespielt. Antonio, alles... Hätten die auch sagen können, platte Bälle. Ich glaube, es ist die grundlegende Technik, die bei dem... Egal welcher Ball, das ist nicht böse gemeint, aber egal welchen Ball wir dir hinstellen würden, es wird nicht besser werden. Du hast es gut gemacht im Dribbling. Alles super. Ich glaube auch, dass du ein guter 1 gegen 1 Spieler bist. Aber die englischen oder die Diagonalbälle, die kannst du nicht gut spielen. Und das haben wir aus den Durchgängen schon gesehen. Und ich glaube nicht, dass das ansatzweise am Ball lag. Sonst hätten die anderen auch schlechte Bälle gespielt. Die haben aber gute Bälle gespielt. Ja, also, was sollen wir jetzt machen? Nochmal? Was sollen wir jetzt machen? Ich habe meine Entscheidung getroffen. Hast du jetzt gewählt? Ich habe Abdul und Can gewählt.